Karin Gigerich ist eine deutsche Schauspielerin, die sowohl für das Theater als auch für den Film arbeitet. Leben Karin Gigerich wurde als Tochter eines deutschen Diplomaten im italienischsprachigen Teil der Schweiz geboren. Sie wuchs zweisprachig mit Italienisch und Deutsch auf. An der European School in Varese, Italien legte sie ihr Abitur ab. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung zur Schauspielerin an der Academia dei Philodramatici in Mailand, die sie 1985 abschloss. Außerdem besuchte sie in Pontedera Theaterkurse bei Yazik Grotowski und später bei Peter Brug. Sie spielte dann zunächst bei einigen experimentellen Theatergruppen. 1988 gründete sie ihre eigene Theaterkompanie Ideatroco, mit der sie zwischen 1988 und 1991 mehrere eigene Produktionen zur Aufführung brachte, wobei sie in ihren Inszenierungen Improvisationstheater mit Tanzelementen verband. Sie trat in Mailand und Rom auf und arbeitete mit bekannten italienischen Regisseuren zusammen, unter anderem mit Giorgio Strela am Piccolo Teatro di Milano, wo sie in Pirande loskam, Tumi Vui und Goldtonis Labaroviccio Zotte mitwirkte. Ab 1994 verlagerte Gigerich ihre schauspielerische Tätigkeit verstärkt auf den deutschsprachigen Raum. Mit dem Film Großmutter's Courage begann 1994 ihre Arbeit für das deutsche Fernsehen. In dem Sat. 1 Mehrteiler der König von Sankt Pauli von Dieter Wedelt spielte sie Die 1996-1997. eine engagierte Journalistin. Gigerich übernahm in der Folgezeit mehrere Serienhaupt-Episoden und Gastrollen in verschiedenen Fernsehserien. So war sie etwa als klarer Grund in Aus heiterem Himmel als Kinderärztin Dr. Pietreis Sander in Opelruf Dr. Brugner als machtbesessene Katharina Vandalu in der ZDF-Fernsehserie Samt und Seide und als Gerichtsmediziner in Dr. Angelika Meindl in mehreren Folgen von Soko Wien zu sehen. Das ZDF besetzte Gigerich 2008 in dem Fernsehfilm Hochzeit in Hardingsholm aus der Inger Lindström-Fernsehreihe und 2009 in dem Fernsehfilm Zweiter Frühling nach einem Roman von Joanna Troelope. Karin Gigerich stand auch in mehreren italienischen, französischen und internationalen Kino- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Sie lebt in Mailand und in Berlin. Filmografie 1994 Großmutters Courage 1995 Zwischentag und Nacht 1995 Inseln unter dem Wind 1996 Zwei Brüder Die Tochter 1996 Dr. Stefan Frank Der Arzt, dem die Frauen vertrauen 1996 zu 1997 Der König von St. Pauli 1998 zu 1999 Aus heiterem Himmel 2000 zu 2001 Opelruf Dr. Dorr, Bruckner 2001 Soko 5113 Unter 2 2001 Die Wasserfälle von Slansch 2001 Sternzeichen 2001 Das Mädcheninternat Deine Schreie wird niemand hören 2002 Polizeiruf 110 Um Kopf und Kragen 2002 Sektion Die Sprache der Toten 2002 Die achte Todsünde Toskana Karussell 2003 Mit Herz und Handschellen 2003 Rufer der Wolf 2004 Sabine 2004 Im Namen des Gesetzes 2004 zu 2005 Samt und Seide 2004 Finoa Fatimale 2005 Wolfs Revier In eigener Sache 2005 Soko Leipzig Schatzsuche 2005 Soko Wien 2006 Verlassen 2006 Kripo Rhein-Main 2006 Epp und Amento Aura in Solita 2007 Siska Spiel im Schatten 2007 In aller Freundschaft 2008 Inga Lindström Hochzeit in Hardingsholm 2008 Bella Block Falsche Liebe 2008 Ein Fall für zwei 2008 Klinik am Alex 2009 Tatort Borowski und die Heile Welt 2009 Joana Troelope Zweiter Frühling 2009 Die Rosenheim Kops Der Tod aus dem All 2010 Soko Soko 5113 Das letzte Türchen 2010 Sula Strada 2010 San Caldo 2010 Soko Kitzbühel Herzflimmern 2010 Tatort Im Netz der Lügen 2010 Tatort Tod auf dem Rhein 2011 Countdown Die Jagd beginnt Suizid 2013 Lerchenberg 2013 Soko Leipzig Graf Porno 2014 Herzensbrecher Vater von vier Söhnen Lost und Found